Theophil Eugen Anton von Portbielski war ein preußischer General der Kavallerie à la suite, Présesse des Generalartilleriekomitees. Mitglied der Landesverteidigungskommission und erster Kurator der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule zu Berlin, Leben, Familie. Er entstammte dem einst polnischen Adelsgeschlecht Portbielski. Portbielski heiratete 28. April 1843 auf Gut Dalmen Agnes von Jago. Aus der Ehe ging der spätere preußische Staatsminister und Generalleutnant Viktor von Portbielski hervor. Militärkarriere Portbielski trat bereits 1831 in das 1. Ulanenregiment ein und wurde 1833 Offizier, kaum 19 Jahre alt. 1836 bis 1839 war er auf der Kriegsakademie. 1855 wurde er als Major in den Generalstab versetzt und 1858 Kommandeur des thüringischen Husarenregiments Nummer 12, im Jahre 1859 zum Oberstleutnant und 1861 zum Oberst befördert. Er hielt Portbielski im März 1863 unter gleichzeitiger Beförderung zum Generalmajor das Kommando über die 16. Kavaleriebrigade. Im Dezember 1863 wurde er Oberquartiermeister des Generalfeldmarschalls Friedrich Graf von Wrangel bei der preußischen Armee in Schleswig-Holstein, die später im deutsch-dänischen Krieg eine Rolle spielen sollte. Portbielski blieb als Chef des Stabes bis 1865 in den Elbherzogtümern und wurde dann Generalmajor und 1866 Direktor des allgemeinen Kriegsdepartements im Kriegsministerium. Während des Deutschen Krieges war Portbielski Generalquartiermeister der Armee und erhielt für seine Tätigkeit den Orden Pur-le-Merit. Nach dem Friedensschluss kam er zurück in das Kriegsdepartement, wurde 1867 Generalleutnant und erwarb sich bei der Neuorganisation des Heeres im Norddeutschen Bund große Verdienste. Gleichzeitig nahm er an der Arbeit des Bundesrats und im Reichstag teil. Während des Deutsch-Französischen Krieges wurde Portbielski erneut zum Generalquartiermeister der Armee ernannt. Von historischem Wert sind seine Depeschen vom Kriegsschauplatz. Für seine Verdienste in diesem Krieg erhielt er eine Dotation in Höhe von 100.000 Talern. 1872 wurde Portbielski Generalinspekteur der Artillerie und 1873 zum General der Kavallerie ernannt. Die Artillerie verzeichnete unter Portbielski die Trennung der Feld- von der Festungsartillerie sowie die Neubewaffnung der Feldartillerie. 1889 erhält das Feldartillerie-Regiment Nummer 5 seinen Namen. Auszeichnungen Auszeichnungen